Mein Scooter-Karton. Das erste selbstverdiente Geld. Unser Plattencover. Sein Flakon. Diese alte Dose. Ich bekam sie von meiner Mutter. Als kleines Kind. Damals noch ganz leer. Jetzt voller Erinnerungen. Voller Leben. Mein Traum wurde erfüllt. Endlich was Eigenes. Ganz allein meins. Die Belohnung dafür zu bekommen. Und in den Händen zu halten. Unglaublich. Dieser Karton ist Teil von etwas Großem. Neustart und unbekannte Wege gehen. Mein Abenteuer. Endlich machen, was ich will. Über Monate. Tag und Nacht daran gearbeitet. Endlich ist es da. Unsere größte Leidenschaft. Unser ganzer Stolz. Dein Flakon. Wenn du nicht da bist, erinnert er mich an dich. Bring dich direkt zu mir. Überall da, wo Menschen berührt sind, da sind wir. Wir verbinden Farben und Substrate. Substrate und Technologien. Technologien und Menschen. So entstehen Produkte, die berühren. Und unsere Welt wird zum Erlebnis. Denn Druck macht unsere Welt aus. Denn Druck macht unsere Welt aus. Untertitelung des ZDF, 2020